Hier sind die Tochter von Eintracht Rangfurt. Jetzt oben mit der Nummer 1. Willkommen auf Schalke, Kevin Trapp. Lieber Eintracht, herzlich willkommen zurück beim FC Schalke 04. Hier, FC Schalke 04. Hier schon da mit den Kippern die 13, Alexander Schwolo. Und die 34 Michi Lange. Jetzt sind auch von Eintracht Frankfurt die Tochter. Dann noch mit der als Kevin Trapp. Und gleich kommen die Mannschaften. Bis zum Glück.